Hallo und herzlich willkommen bei Borderlands und die beiden Rrrrrrs hier, das ist der Hisho und die Pseudonymer von der Pummelrunde. Moin moin. Und wir spielen Borderlands und müssen jetzt hier in die Arena rein. Darf ich, darf ich, darf ich? Ja, du darfst. Und hoffen, dass Pseudonymers Spiel nicht abstürzt. Drei, zwei, eins, Risiko! Oh, ich bin noch da. Gut. Du bist blau. Ich bin blau? Ich bin grün. Du bist rot. Filia. Filia ist grün. Du bist grün und ich bin Filia. Oh, wieso bin ich nicht grün? So, ähm, wo muss das, müssen, also müssen, darf ich das jetzt anfassen? Ja, ich glaube, du darfst das anfassen. Fass das mal jemand an. Fass es an. Trainer-Modus kommen so wie du bist. Hä? Äh, Waffenauswahl, äh, Match über sich. Zwei Teams nehmen an jeder Runde in der Arena teil. Der Sieger verbleibt als Champion in der Arena. Herausforderer-Teams, äh, greifen in den Kampf ein und verlassen die Arena gegebenenfalls wieder. Ja, okay. Ah, das kann nur der Host verwenden. Ja, dann machen wir. Ähm. Dann bei mir jetzt. Spielstil, zwei Teams, Teamauswahl, Filia, Aliene, Hesho, Pseudonyme, aber wir haben ja alle verschiedene Farben. Egal, ich wähle das einfach mal aus. Ja. Oh, warte mal. Wir müssen... Aha, warte. Jedes Team nimmt an jeder Kampfrunde in der Arena teil. Ah, es gibt zwei verschiedene. Okay. Okay. Hä? Und da oben kann ich gar nichts auswählen. Und wie kämpfen wir gegen den, say, Raiden, Raven, Rabbe-Dub? Ich kann da gar nichts machen. Vor allen Dingen, wir haben hier, wir haben hier auch witzigerweise... Ich kann da überhaupt nichts machen. Du kannst keine... Also ich kann zwar Sachen einstellen, aber ich kann nicht, kann nicht auf Breit klicken oder so was. Muss man das hier? Du bist nass. Stellreise. Super. Was? Stellreise steht da. Tartarus-Station, T-Bone-Jankton, The Underdome und Jacob's Cave. Hä? Okay. Herzlich. Ich verstehe das alles nicht. Oh, hier kann ich mein Aussehen wieder ändern. Cool. Aber ich verstehe das hier nicht so richtig. Aber hier geht es ja in diese Richtung. Wurden wir auch wirklich hierher gesendet von dem Questmarker? Weiß ich nicht. Da habe ich nicht drauf achtet. Ja. Kann ich hier irgendwas... Ah, warte. Ah! Bereite dich auf den Kampf vor, alles klar. Hä? Hä? Wo seid ihr? Ich dachte, man kann das mit der Maus auswählen. Oh je. Sind wir gegeneinander? Ist es da hier weg? Habt du mich nicht mitgenommen? Ja, irgendwie. Du hast mich nicht mitgenommen. Ja, warte. Du wirst vielleicht auch gleich dran. Hat hier schon das Gehirn ausgepustet? Nein. Das ist gegeneinander. Ich höre euch schießen. Hey, das ist gemein. Du bist der Sniper. Na warte. Na warte. Nein. Aua, aua, aua. Scheiße. Todesschrei. Yay, ich hab gewonnen. Yay. Und jetzt? Ich bin wieder hier in der Vorde. Ja. Zusammen mit mir. Ach so, ihr kämpft jetzt wieder? Boah, mit der Sniper ist doch voll gemein. Ja, das stimmt eigentlich. Aber der Heesho, der heilt sich ja hier wieder. Ist auch mein. Hast du dein Heil... Hat er sein Heilschild an? Nee. Nee, aber der hat seine... seine Himmster ausgepustet. Ah, Mist. Yes. Und bis zu welcher Punktzahl geht das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt bin ich draußen. Hallo. Hi. Jetzt sind wir alle draußen. Ach so. Okay. Wieso bist du denn jetzt blau? Ach so. Ich war die ganze Zeit blau. Aber warte mal. Ich will mal grad was versuchen. Das hier klingt ja viel cooler. Was? Oh je. Alle gegen alle, so wenn ich das richtig verstehe. Okay. Sind wir jetzt alle in der Arena? Ja. Anscheinend. Oder? Anscheinend ja. Okay. Oh fuck. Scheiße. Manno. Jetzt habe ich gedacht, ich schleiche mich von hinten an. Ja, das hast du gut gemacht. Ja, da war nichts überrascht. Nein. Ja, die Sniper ist schon echt fies. Ja. Muss ich ja mal sagen. Du kämpfst als Übernächster wie Übernächster. Ich bin jetzt sowieso beide gegen mich, oder? Ey, nein. Keine Bombe. Huh. Und das geht anscheinend... Ey. Ah. Das geht irgendwie anscheinend, glaube ich, bis jemand von uns drei Punkte hat. Nein. Nein. Das macht Spaß. Ja, hoho. Nein. Eigentlich bin ich voll schlecht an sowas. Okay, wo ist eigentlich die... Beide gegen mich wieder hier, oder was? Ja, sicher. Irgendwann muss man dich ja mal besiegen. Alter, wo seid ihr? Ihr versteckt euch. Ihr versteckt uns? Ihr versteckt sich. Ja, ihr habt euch gerade versteckt. Mist. Ich hätte gerne neue Munition. Das wäre... Das würde... Das wäre sehr... Knorke. Autsch. Bin ich da. Das hat wehgetan. Ich merke schon, dass du nicht da bist. Ja, ich glaube jetzt... Ja, Philia Aline hat das mit... Okay, aber haben wir das jetzt... Haben wir jetzt die Quests gemacht? Nee, ich glaube... Ich glaube, der ist woanders. Ich glaube, es war eine falsche Arena, oder? Ja. Soll ich wieder raus? Ja. Achso. Aber ich hatte Spaß. Ja, es freut mich. Ich hatte Spaß. Ja gut, ey, aber ganz ehrlich, mit einer Sniper gegen, weiß ich nicht, eine Shotgun oder so, das ist ja auch irgendwie gemein. Gemein, ja. Das ist ja gemein. Mit einer anderen Waffe hätte ich das auch nicht geschafft. Ah, jetzt sind unsere Autos wieder weg. So. Ja, wir müssen in die Richtung. Ja, okay. Okay, dann... Kommen wir mal. Hallo? Ah, nee, dann holen wir aber da erst ein Auto. Hier, da. Da lang. Okay. Geht nicht. Wieso nicht? Kommt, kommt. Hab da was angefangen. Kommt, der Angriff. So. Au! So. Hab ich jetzt irgendwas getroffen? Nee, noch nicht. Da ist noch eins. Mindestens. So, hab ich. Okay. Okay, supi. So, wo gab es jetzt das Auto? Wo sind wir denn? Ach, dahinter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin froh, dass wir hier keine Ausdauer haben. Das hasse ich immer. So drei Meter laufen, dann wieder... ... 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 realitätsnah. Okay, bei mir schon, aber so im Normalfall... ... ... ... ... ... ... realitätsnah ist das schon eigentlich. Könntet ihr sowohl Auto 1 als auch 2 generieren, wo ihr gerade mal dabei seid? Okay, ich mach zwei. Ja, okay. Äh? Na, komm. Warte. Boah, ich seh so heiß aus in meinem Flitzer. Schauen wir unsere Füße. Sieh so heiß aus. So. Heiß. Ich hab dir ein schönes, dezentes Auto gemacht. Ein schönes, gelbes, wie ein Taxi. Aber keiner will mit mir fahren. Was ist denn das für ein Taxi? Tja. Ah, guck mal. Okay, vielleicht da unten. Hä? Hat sie abgehört sich genommen? Leute. Ja, guck, wie er geflogen ist. Siehst du? Hast du gemerkt, wie er geflogen ist? So. Ich fahr schon mal weiter. Wahrscheinlich müssen wir da runter oder so. Hä? Aber da ist er. Uh. Hallo. Danke. Das war jetzt die Revanche, oder was? Ja, ist besonders gut, wenn man von einem Alpha-Skeg angegriffen wird. Von einem Blutsch-Skeg? Einem Alpha-Skeg. Ach, der, den ich überfahren habe. Hast du? Ja. Gib mir das, gib mir das. Da liegt Medikett. Wieso kann ich das nicht leben? Ich belebe dich wieder. Okay, ich schieße lang. Ich versuche, die abzuhalten. Es tut mir leid, wenn ihr da gerade irgendwie... ...nix sieht. Seht. Ich habe ein Medikett entdeckt. Woher kommt denn die Pfütze her? Okay. Hier liegt auch noch ein Medikett. Aufregend. Das wäre für... ...Filia. Für mich vielleicht ganz praktisch. Okay. Komm, der denn. Aus dem Nichts. Geld und Medikett. Oh, das bringt mich gerade auf die Idee, dass ich vielleicht das Standard-Schild wieder verwenden sollte. Puh. Aha, gut. Okay. So. Ähm. Da hinten liegt noch Medikett. Ja, pass schon. Ich habe noch welche. Okay. In den Rucksack. Ach so, da kann ich jetzt gar nicht dran. Na gut. Langsam. Ja, ich bin mir nicht so sicher, wo das ist. Hier drin? Drinnen? Nein. Nee, fahr mal, fahr mal weiter. Vielleicht mal... Au! Geht's da rein? Ich sah hier schon. Ich sah hier schon. Leute, Leute, steigt mal aus. Ja, da geht es. Ach, da ist ein Pfeil. Ah! Gut, dann hole ich mir jetzt das Medikett da hinten. Okay. Ich heile mich so. Oh. Oh, das... Ja, du könntest ja nicht verwendet. Oh, das sieht mir ja nach... Oh. Arena Kampf. Ja, das... Ja, ich glaube... Ich muss mich erst mal heilen. Ja, tu das. Dann mache ich das vielleicht besser auch mal. Ich sehe von hier aus... Ja, schön, wenn wir demnächst mal größere Mediketts können. Ja, ich sehe von hier aus nichts. Die Kleinen sind nämlich ein bisschen nervig. Ich habe 60. Wie viel kannst du jetzt mit deinem... 60, oder? Ja. Okay. Also das ist eine Brücke. Nehme mal noch eins. So. Also während ihr da heilt... Das Geld? Gucke ich mal. Ja. Da geht es in einen Abgrund. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich habe mich hier geclitcht. Tja, das fand ich... Nein, nein. Ich komme dann gleich wieder. Ich glaube, er ist da runtergesprungen. Oh mein Gott. Wo bist du? Ich fange hier an. Hier sind so Waffendinger. Okay, ich denke, wir müssen zum Hisho. Nein, 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 nein. Doch. Guck mal, da kann man Waffen kaufen. Nein, ihr müsst nicht zu mir. Dann gehen wir mal dahin. Ich bin bloß lustigerweise... So, ich dachte, du wärst da. Ja, habe ich auch. Nein, ich bin abgestürzt. Also... Ich sehe noch keinen. Sind hier überhaupt keine? Du siehst noch keinen Arsch. Ne, ich sehe auch niemanden. Ich... Außenposten gefunden. Okay. Wir haben Außenposten gefunden. Mittlere Medikids. Hey. Ne, kleineres. Was? Oh, hier steht einer. Was? Wir warten mal auf den Hisho. Da steht einer. Links, rechts, da lang. Jippee. Nein, Claptrap, geh fort. Wie mittleres. Ich habe hier ein leichtes. Ach so, das ist quasi. Ja, ich weiß, aber es macht 100. Okay. Oh, hier kannst du bessere Upgrades kaufen für deine Waffen. Oh. Drücke V, um einen Nahkampfangriff auszudrücken. Guck erst mal hier. Clipel, rifle, bla, bla. Ne. Dann mal hier. Bin gleich da. Dann eine Rifle. Ich habe jetzt hier die ganzen Tutorial-Nachrichten plötzlich wieder auf meinem Screen, weil ich direkt... Ah, nervig. Ja, ich bin am Anfang, äh, ich bin da gespawnt, wo Claptrapt einen dann am Anfang absammelt. Ach, da bist du gespawnt? Ja, ja. Das ist ja echt Arsch. Hey, super. Das ist echt Arsch. Okay, wir machen, was wir jetzt noch machen. Dann machen wir das mal voll. Genocide Rifle. Oh. So. Wie teuer? 10.000. Und dann haben wir was zum Verkaufen? Nö, haben wir nicht. Oh. Könnt ja mal. Da wird sowas. Und wir kaufen mal das hier. Was hat denn die hier? Deathly. Ja. Da, da, hier. Da sind Deathly-Pow-Low-Fliegen, was ich nicht brauche. 42, 87, 3,3. Das möchte ich gerne, aber da brauche ich das Level noch. Okay. Gut. Hm. Sei dir so weit, mit mir steht einer. Der Heeshoe ist, äh. Ups. Ja. Bin zu nah an den herangetreten. Offensichtlich. Hm. Ach, da ist der Heeshoe. Ich sehe ihn. Ja, ja. Ich habe voll gar nicht gesehen, dass du da bist. Er stand hinter dir. Ja, der hat sich voll versteckt von mir. Ja, ich glaube auch. Triple Rocket Rocket Launcher. Ja. Hm. Okay. Ich sehe Feinde irgendwo. Wahrscheinlich dieses, äh. Da hinten irgendwo. Wahrscheinlich hinter dem Berg oder so. Wrecks oder so heißen die, oder? Diese Vögel, die sind doch immer so aller vor einem Haufen. Nee. Findet ihr auch, dass die Decke sehr nah ist? Ja. Wenn man so hochguckt, denkt man, wow. Ja, genau. Aber wenn man gerade ausguckt, nicht. Ich glaube, so nah ist die gar nicht. Nee, das ist eine optische Täuschung. Hm. Hast du hier schon alles ausgehamstert? Da war nix. Da war nix? War da was? Da war nix! War da was? Gefütter? Da war was? Okay. Hier wird jemand vermisst. Richo, bist du bald mal fertig? Ja. Da ist ein Radarbild oder so. Hoppa, Transport Station. Nicht Woppa, Hoppa. Jo. Hoppa, Hoppa. Wir sind soweit fertig. Gut. Da verkauft einer Waffen, glaube ich. Wir haben schon Raid Saban getroffen. Das ist der hier. Hallo. Dieser nette Herr. Ja, okay. Sprich mal. Ich soll mit dem sprechen? Ja, mach. Todeskreis, Meet & Creed. Schwarzes Brett, Firestone. Achso. Ja, ah, Frischfleisch. Und so funktioniert das. Du überlebst, du wirst bezahlt. So einfach ist das. Okay. Weil mir steht gerade Minentorschlüssel unzulässig. Warum? Äh. Ach, das ist wahrscheinlich der erste Minentorschlüssel. Okay. Todeskreis Runde 1. Töten und getötet werden. Geh in die Arena. Wenn du überlebst, wirst du bezahlt. Wenn du stirbst, bekomme ich umso mehr. Äh, ja. Also gewinne ich auf jeden Fall. Oh, und falls du stirbst, sorge wenigstens für eine gute Show. Du musst viel schreien und umherlaufen. Das Puppi-Klum liebt das. Alter. Das können wir hin. Ja. Okay. Auf geht's. Erste Runde. Wird ja nicht so schwer sein. Ja. Wo sind denn welche? Ah. 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 Jetzt kommen wir erst welche. Oh mein Gott. Ein Altersack. Und er ist auf dem Weg zu mir. Aber warum das? Wo ist sein Kopf? Ich sehe überhaupt nicht sein Kopf. Ups. Ich hab da fein gemacht. Oh Mann, das ist ja noch mehr. Ja, gut. Aua. Noch ein Eifersack. Der ist weg. Ähm. Sicher, dass das unsere Kragenweite hier ist? Ja. Ja, klar. Aber wenn du das sagst. Siehst du? Sag ich doch. Au. Wo war das? Okay. Ah da. Wo? Wo? Das Vieh. Guck mal, der will raus. Ja. Der hat Angst vor uns, siehst du? Mhm. Der rennt hier rum. Ich hab keine Munition mehr. Ihr müsst den Rest machen. Der rennt hier rum und... Revolver-Munition. Wer braucht denn sowas? Oh, scheiße. Ich hab quasi keine Waffe mehr. Dann hau auf ihn ein. Na toll. Hallo? Ist an ihm abgeprallt. Ich hab nur so nem Piefel-Dings hier. Ah. Yes! Level 13! Puh! Ich hab, äh, nix. War's das? Ja. Von gar nix. Warte. Ich kann Sachen auswählen. Erstmal. Kann ich... Ich hol mir mal Muni. Das hier auswählen, das ist sehr gut. Das hat nämlich eine superschnelle Aufladezeit. Zumindest steht das da. Und was haben wir jetzt hier? Mhm. So. Und noch was. Ich möchte gerne... Noch was. Blöd. Eigentlich will ich das hier haben. Also mach ich das jetzt mal hoch. Warum hab ich das andere nicht hoch? Warum halt... Ach so, ihr seid schon... Wieder draußen. Okay. Wartet, ich muss mir mal kurz noch die Munition kaufen. Das war... Okay, dann heil ich mich mal und hol mir noch mal ein paar Medikets. So. Ähm. Ähm. So. Ja. Ähm. Das noch... Ähm, übrigens... Gischo? Ja. Also, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jetzt noch mal da reinzugehen, denn... Aber wir können die erste Runde doch schon mal abliefern, oder? Ach, die haben wir noch gar nicht abgeliefert? Nö. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, ne? Ja. Todeskreis, Runde 1. Töten oder getötet werden. Das nennst du Talent. Du hattest jede Menge Glück. Ja, das stimmt. Aber die Menge hatte aus irgendeinem Grund trotzdem ihren Spaß. Welche Menge? Hast du nicht diese Menschenmassen gesehen, die da am Rand saßen und uns zugejubelt haben? Der Typ ist verrückt. Ja, ich glaube auch. Hier ist dein Anteil. Lass es mich wissen, wenn du zu einem weiteren Kampf bereit bist. Wir kriegen 1.947 Euro. Boah. Und XP kriegen wir. Bäm. Yippie. Wuhu. Todeskreis, Runde 2. Ich nimm das mal an. Ja, wir müssen ja noch nicht rein gehen. Du hast deine pinke Waffe. Ja, das ist diese Ladyfinger oder wie die hieß, die ich irgendwie letzte Aufnahmesession schon habe. Ja, aber die macht keinen Schaden. Das ist so meine Notfallwaffe sozusagen. Ah. Okay, also die nächste Runde ist Level 15. Ich weiß es nicht. Nein, nein, nein. Ist okay. Nein, nein, nein. Okay, aber was wir denn genau machen... Haben wir denn jetzt alle Quests abgegeben, ja, ne? Damit wir nicht wieder hier Problematiken haben, wenn wir... Ähm, warte. Ist bei der nächsten Aufnahmesession wieder... Guck auch noch mal. Ne, warte, da muss ich gucken. Die Legende von Moli und Mali, die sind alle... Bei den anderen haben wir noch nichts gefunden. Genau. Gut, das ist der perfekte Zeitpunkt, diese Aufnahmesession zu beenden. Ja. Würde ich sagen. Es war mir ein Fest. Ja, euch hoffentlich auch. Ja. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir... Also, ihr seht uns dann quasi im Anschluss, also... Bis bald. Bis bald. Bald, ja. Und wir sehen uns erstmal was länger nicht. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.